Das klappt nicht. Wie lange soll das noch so weiter gehen? Wenn wir es so weitermachen, geht uns die Munition aus. Ich sollte zuerst den Strom abschalten. Der Riegel ist auf der anderen Seite. 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 verpassen Aida Folgen wir ihr. Ada! Was zur Hölle geht ihr vor? Was! Das war's für heute. 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 Chris? Das war's für heute. Captain! Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Das war's für heute. 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 Nicht schlecht. Er entkommt uns. Seh los! Ich bin nicht schlecht. Ich bin nicht schlecht. Er darf nicht entkommen! Wird er nicht. Wir beenden das jetzt. Wir kriegen Sie, Simmons! Es wird Zeit, dass Sie für Ihre Taten büßen. Es wird Zeit, dass Sie sich für Ihre Taten büßen. Wachst du dich! Ich gebe Ihnen nur das, was Sie mir gegeben haben, Simmons. Zuerst haben Sie Angst, aber keine Sorge. Sie werden nur zu dem Monster, das Sie immer waren. Sie und alle anderen auf dem Planeten. Geben Sie auf, Simmons! Das Spiel ist aus. Sie verfolgen mich, während diese Frau frei herumläuft? Welche Frau? Die Verräterin Ada Warp. Wer weiß, was sie noch vorhat? Ein anderes Team sucht Sie. Sie, aber Simmons, Sie gehören uns. Rache nehmen für den Präsidenten. Ist es das, was Sie wollen? Sehen nach, hätte er die Wahrheit über Raccoon City veröffentlicht, während die USA weltweit isoliert und die globale Ordnung zusammengebrochen. Einen Desaster verhindern, indem Sie ein anderes verursachen? Egal, wie viele dabei sterben... Jemand musste ihn stoppen! Ich hätte mein Land und die Welt ins Chaos gestürzt. Dieses Weib. Wie kann sie mir das antonen? Wie kann sie mir das antonen? Ah! Ah! No! Ah! 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 BASTARD! Hängen wir ihn ab, solange wir noch können. Das ist ein verdammt Schein. Alle beide. Ich erledige sie mit bloßen Händen. Das ist ein verdammt Schein. Das ist ein verdammt Schein. Ich werde sie töten. Das ist ein verdammt Schein. 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 Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017